Die chinesische Wirtschaft hat Japan überholt und damit fast alle. Naja, die Chinesen wenden Methoden an, die bei uns nicht durchsetzbar wären. Sie arbeiten. Niemand weiß genau warum. Ich glaube, sie müssen. Wir sollten ihnen etwas Arbeit abnehmen, damit sie mehr Zeit für Burn-out-Syndrome haben. Aber wer soll das machen? Oder wir schicken ihnen ein paar Psychologen zur Therapie, damit sie Burn-out-Syndrome kriegen. Für die Chinesen läuft es so gut, es gibt gar keine neuen chinesischen Restaurants mehr für die Geldwäsche aus krummen Geschäften. Morgen geht's weiter.